In einem Verwaltungsverfahren gibt es oft Fragen, die mit Sachverstand zu lösen sind. Da bedient sich die zuständige Behörde dann der jeweiligen Sachverständigen. Das können entweder amtliche Sachverständige sein oder nichtamtliche Sachverständige. In dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrechts wollen wir uns mit dem nichtamtlichen Sachverständigen näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander. Ich bin Anwalt bei der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Wenn sich die Behörde eines Sachverständigen bedient, dann hat sie grundsätzlich die ihr beigegebenen Sachverständigen oder die ihr zur Verfügung stehenden Sachverständigen beizuziehen bzw. zu beschäftigen. Immer dann, wenn ein Sachverständiger nicht zur Verfügung steht, ein Amtssachverständiger nicht zur Verfügung steht oder wenn es mit der Rücksicht auf den konkreten Fall erforderlich ist, dann kann die Behörde auch einen sogenannten nichtamtlichen Sachverständigen beschäftigen. Die Behörde kann aber auch dann einen nichtamtlichen Sachverständigen beschäftigen, wenn es einen entsprechenden Antrag bzw. eine Anregung des Antragstellers gibt, wenn die Kosten ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten und wenn es zu einer wesentlichen Beschleunigung des Verfahrens beiträgt. Auch dann ist die Beiziehung eines nichtamtlichen Sachverständigen grundsätzlich möglich. Das gibt uns der § 52 im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz vor. Kurz gesagt, immer dann, wenn Amtssachverständige vom Sachverstand her nicht in der Lage sind, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten oder aber, wenn zu wenige Sachverständige da sind, dass das Verfahren schnell und rasch abgewickelt werden kann, besteht eben die Möglichkeit der Bestellung von nichtamtlichen Sachverständigen. Ähnliche Regelungen für nichtamtliche Sachverständige gibt es auch in anderen Gesetzen. So gibt es im § 3b UVB-Gesetz die Möglichkeit, ohne dass diese Voraussetzungen vorliegen, ebenfalls nichtamtliche Sachverständige beizuziehen. Im gewerblichen Betriebsanlagengenehmigungsverfahren, z.B. in § 353b der Gewerbeordnung, gibt es eine korrespondierende Bestimmung. Dort ist es erforderlich, dass ein Antrag gestellt wird und dass ein entsprechender Kostenvorschuss vom Antragsteller erlegt wird. Und wichtig ist dort, auf das muss man aufpassen, das muss man wissen, Wenn man einen Antrag im gewerblichen Betriebsanlagengenehmigungsverfahren stellt, dass die Behörde einen nichtamtlichen Sachverständigen beiziehen möge, dann ist dieser Antrag unwiderruflich gestellt. Bei alledem muss man natürlich eines bedenken, rein verfahrensrechtlich betrachtet ist ein Sachverständiger nur, auch wenn Sachverständige das wahrscheinlich nicht gern hören, ein Beweismittel im Verfahren. Das heißt, man muss einem Sachverständigen die richtigen Fragen stellen, die richtigen Beweisthemen vorgeben, damit auch die korrekten Antworten erlangt werden können, damit der Beweis erbracht werden kann. Stellt man dem Sachverständigen keine oder die falschen Fragen, gibt ihm die falschen Beweisthemen vor, dann hat man möglicherweise einen untauglichen Beweis und kann sein Verfahren daher nicht erfolgreich abschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017